Hallo! Das stimmt jetzt nicht. Was machen Sie da? Mama! Wie machen wir heute den Umzug? Ich zieh nicht um. Seit wann ist das denn ein Verbrechen? Wo ist eigentlich die Oma? Dann musst du noch mal schnell wecken. Moment. Sie hat gesagt, sie will zur schwarzen Madonna nach Altötting. Ihr Mutter ist auf Wallfahrt. Wenn du nicht sofort einsteigst, dann fahren wir los und lass dich hier alleine. Bitte Mama, steig ein jetzt! Aber bleib stehen! Jetzt sofort! Scheiße! Mama, bleib da und pass auf deinen Bruder auf. Da ist der Herr da eurer Sohn. Woher denn? Wo ist Altötting? Da! Da! Marie! Hier geht's doch nur darum, mir eins auszuwischen. Bis der Oma dabei geht, ist dir völlig wurscht. Mama, wo bist du denn jetzt hin? Steig auf ihn! Sauf! Ja, da bist du kein richtiges Mal! Was soll die denn überhaupt? Das wüsste ich auch gleich. Aber der Herr Franke müssen sie. Komm Mama! Mama! Was glaubst du, warum renne ich mit dir hier durch die Weltnis? Woher soll ich das wissen? Das Telefonieren-Wert der Fahrt ist verboten. Wollen wir nicht lieber versuchen, den Papa zu finden? Geh, der Papa ist doch schon lang tot. Nein, mein Papa. Als ob du einen anderen Papa hättest als ich. Wollen wir nicht weg socken. Wollen wir nicht cleaner schlafen kann. Du bist schon währendd acabar.